So, willkommen zurück zu Let's Play Hearthstone. Natürlich wieder mit den Krieger. Und diesmal geht's richtig zur Sache gegen den Brüster. Weil der wird sich jede Runde heilen. Das wird Ausdauerkampf. Okay. Ich muss da echt dann am Schluss saufelschaden machen. Der kann ja immer zwei Leben wiederherstellen. Ich kann ja bloß Rüstung aufbauen. Der kann sie ja immer heilen. Also, was ist schlimmer? Ich denke, das werden wir rausbekommen. Ich denke, gleiche Taktik wie der Wölberndroiden. Ah. Das ist nicht gut. Ist jemand verletzt? Ah, 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 ah. Ja, das ist jetzt die Frage. Mache ich jetzt, weil wenn ich Schutz mache, dann kriege ich eins, zwei, drei, vier Schaden. Mache ich leider mal das da, oder? Da kriege ich bloß nur einen Schaden. Besser wie gar nichts. Ah, und so habe ich es noch abgeblockt. Sehr schön. So, wir brauchen aber jetzt auf jeden Fall Rüstung. Wann machen wir mal Rüstung, genau. Machen wir den noch. Bäh, bäh. Sehr schön. Da gibt es zwar jetzt wieder einen Damage. Ach, stimmt. Der kann seine Diener auch heilen. Da war was. Wow. So hat der fünf Schaden. Äh, fünf Leben eigentlich. Okay. Drei, drei. Zwo. Ich mache auf jeden Fall Rüstung. Und auch diesen da. Oh, ja. Diesen da. Das war's. Fertig. Das Dingo. Ja, ha, ha. Hat jemand den Arzt gerufen? Boah, der kann sich hochheilen. Das ist der Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Ich denke, das wird dann irgendwann mal ein Problem werden. Äh. Maximal drei. Ansturm. Und da soll er dir eigentlich den mit Spott mal packen. Das macht aber jetzt nicht viel Sinn. Gewehrt ansturm. Machen wir viel. Oh, shit. Verzollt. Na. Wir machen. So. Wir machen den mit dieser Karte dann Platz. Und den. Hm. Der Tarte ist sowieso drauf, gell. Für den Krieg. Also greif ich den mal. Verrisch. Mist. Mit Maximal drei angreifend eins. Ach so. Okay. Da ist wieder meine Rüstung weg. Aber ich bin wieder am Zug. Rüstung. Ähm. Rüstung. Dann machen wir. wir haben nur fünf kannte ich diesen da wir müssen den sonnenbordern verstärken da mache ich die axt einmal welcher schaden macht es drei schauen was ich denn immer noch mit der axt noch zusätzlich darauf schaden jetzt kommt er mit dem fetten und mit dem raubtor noch da war fast mein staun das war jetzt schon heftig wenn ich die dann ergreifend ich glaube das mache ich ja also rüstung na wir machen es will mach ich aber bloß nur zwei leben aber der war halt weg da mache ich hier schuld mit dem mit den den er macht drei schaden hätte ich aber bloß noch ja dann habe ich keine rüstung mehr ich kann den ogen machen fertig wenn der sowieso jetzt nicht gleich jetzt meine dinge kaputt gemacht hat dann hätte sowieso gern mal zwei schaden eingesteckt es ist sowieso da waren sie nicht verletzt jetzt kommt der nummer mit so einem priester daher ich denke mal nur verbessern jetzt doch noch eine rüstung ja noch leber rüstung ich denke im moment schaust du ganz gut aus ich habe mehrere karten er kann sich eigentlich im moment das heilen im moment ich denke mal ich habe da mal auf plus zwei aus den mit denen mache ich den blatt so greife ich aber trotzdem greife ich mit dem an das ist mein ogre und nehme das nur auf den ja kriegt er neun und kann nochmal angreifen und jetzt konnte schon schaden auf meinen holten morgen aber ich habe hier auch ich habe 14 schaden und zack und das war's mit dem priester aber zum glück kommt bei mir die ogas vergrüßt ja hammer nice die die runden werden ja immer schnuller ok sehr schön ey ich rushe da jetzt durch mit den karten deck das ist hammer nice dann ladere dich um bis zum nächsten mal ist und erzählen bis 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 bis